Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Heute, am 9. Juli 2024, war es wieder soweit. Der britische Entwickler Duftail Games veröffentlichte das monatliche Roadmap-Update für Transom World 4. Die Roadmap, das ist eine Übersicht über sämtliche Projekte, die aktuell für Transom World 4 entwickelt werden. Dazu zählen Patches, Updates, aber auch neue Inhalte in Form von DLCs. Und das ist nun das Roadmap-Update für den Monat Juli 2024 für Transom World 4. Ja, die Roadmap sagt alles, aber andererseits sagt sie eigentlich nicht viel. Die linke Seite, das sind Projekte, die in weniger als drei Monaten veröffentlicht werden. Da geht es jetzt neu darum, den Formation Designer nun auch für den Creators Club verfügbar zu machen. Das bedeutet, dass die Community dann in der Lage sein wird, sich im Creators Club nicht nur Lackierungen und selbst erstellte Szenarien auszutauschen, sondern dann eben auch selbst erstellte Zugreihungen. Das nächste DLC, das steht auch schon in den Startlöchern. Das wird dann der schottische Zug, die Scottsville Class 380 sein. Dieses DLC erscheint bereits am 11. Juli 2024, also am kommenden Donnerstag. Und auch die nächsten DLCs scheinen in den Startlöchern zu stehen. Zum einen die Scottsville Class 158, eine Diesel-Triebwagen von Skyhook Games und die Experte-Baureihe 101 von TSG Transom Germany. Und natürlich wird weiterhin am Suspension gearbeitet. Das ist dieses Update, welches es dann ermöglichen soll, dass die Züge, dass man das optisch sieht, wenn die Züge über die, also die Räder der Züge über die Weichen halt fahren. Und das soll dann mit sichtbar gemacht werden. Interessanter sind dann die Projekte, die in vier bis sechs Monaten veröffentlicht werden. Und da gesellt sich neben der amerikanischen San Bernardino Line nun eine weitere britische Lokomotive dazu. Wir sehen also im oberen Bereich als Add-ons, wir hatten ja gestern über die Roadmap gesprochen, da kam jetzt die San Bernardino Line, die steht ja schon länger dort, die britische Strecke und die deutsche Strecke kamen in der vergangenen Roadmap dazu, die deutsche Lok ebenfalls, nun gesetzt sich noch eine britische Lok. Und die Tendenz scheint sich zu festigen, dass da möglicherweise etwas Größeres auf uns zukommt. Denn Entwickler Duftail Games, und das ist die größte Ankündigung der Roadmap, veranstaltet wieder einen Duftail Direct Summer 2024. Das wird ein großes Event sein, welches am 20. August 2024 in einem Livestream um 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit stattfinden wird. Und da soll es insgesamt sechs oder fünf neue Ankündigungen geben, die dann bekannt gegeben werden. Die Anzeichen verdichten sich also, dass es wieder im kommenden Herbst ein neues Transom-Word-Bündel geben könnte. Ob wir wieder über ein neues separates Spiel sprechen, oder ob wir über ein neues Bündel für das jetzige Transom-Word 4 sprechen, sprich das Spiel könnte vielleicht umbenannt werden in Transom-Word 5 oder Transom-Word 2025, das wird sich sicherlich dann erst am 20. August 2024 dann aufklären. Ja, das ist auch die größte Ankündigung auf der rechten Seite. Ja, hat sich auch noch nicht viel getan in der Roadmap selber. Im Artikel ist nachzulesen, dass man auch auf die einzelnen Projekte eingegangen ist, aber es dort eben keine größeren Neuigkeiten gibt, sondern einfach heißt es da, die Arbeiten gehen voran. Aber viel mehr ist dem eigentlich zu entnehmen. Aber es gibt noch ein paar neue Screenshots, die wir uns anschauen können, unter anderem auch vom Intercity-Steuerwagen, der ja bei Transom Germany in der Entwicklung ist. Hier sehen wir erstmal eine Ankündigung für die ScotRail Class 380. Wie gesagt, DLC kommt morgen, also übermorgen am Donnerstag raus und wird dann für 15,99 Euro auf Steam unter anderem erhältlich sein. Und da gibt es diesen neuen Zug. Es gab heute auch ein kostenloses Upgrade für die Kevkirt Circle Strecke und das hat diese Strecke dann auf Transom World 4 gepatcht, also die TSW 4 und TSW 3 und TSW 4 Features hinzugefügt. Und wenn ihr die Strecke schon habt oder jetzt kauft, dann ist halt dieses Upgrade mit drin. Das Fahrzeug selbst, das ist natürlich ein kostenpflichtiges DLC. Wenn ihr das kauft, gibt es ein paar Szenarien für die Strecke und einen komplett neuen zweiten Fahrplanmodus. Jetzt sehen wir auch nochmal ein paar Bilder von der Kevkirt Circle Strecke und hier sehen wir das nächste schottische Fahrzeug, was schon in den Startlöchern steht, die Class 158 von britischen Entwicklern Skyhook Games. Das Fahrzeug ist jetzt kein unbekanntes, wir kennen es bereits von der Midland Mainline und nun erscheint dieses Fahrzeug auch in Farbgebung von ScotRail mit Szenarien für die schottischen Strecken Edinburgh Glasgow sowie die 5S Circle Line. Und das Fahrzeug kann anscheinend auch an den Dieselzug Class 170 gekoppelt werden. Also es sieht ganz interessant aus, wenn immer zwei verschiedene Fahrzeugtypen aneinander gekoppelt werden. Das scheint hier möglich zu sein. Ja, und wir sehen, dass das Fahrzeug schon hübsch aussieht und ich bin sehr gespannt, denn dieses Fahrzeug soll dann glaube ich auch noch einen neuen Fahrplanmodus mitbringen und ich glaube Fahrplanfahrten auf der 5 Circle Line noch ergänzen. So ist mein aktueller Stand. Ja, in dem Zuge auch die Leave-in-Branch-Erweiterung für 5 Circle Line, auch da geht es wohl voran, aber da gibt es eben noch keinen festen Termin. Ja, hier sehen wir nochmal ein Bild von der Class 158 und nun geht es weiter zum Intercity-Steuerwagen. Dies ist das erste Bild aus der Innenansicht dieses Steuerwagens und welches Fahrzeug verbirgt sich denn hinter diesem, wenn ihr mal aus dem rechten Fenster schaut, was verbirgt sich denn da für ein Fahrzeug? Ist das auch ein Steuerwagen? Ja, die Frage stellt sich und hier gibt es eben einen Blick in den Führerstand des Intercity-Steuerwagens und auch hier sehen wir den Maschinenraum der Baureihe 101. Das ist ja eine der Neuerungen bei diesem Expert-Add-on, dass dieser Maschinenraum komplett begehbar ist und dieser ganze Funktionsumfang, sowohl im Steuerwagen als auch in der mitgelieferten Baureihe 101, der soll deutlich größer sein, als wir das bei bisherigen Fahrzeugen in TrainSim World 4 kennen. Es wird auch damit das erste Experte-DLC für TrainSim World 4 sein und das soll laut Entwickler TSG wohl in den nächsten, ja, drei, sagen wir mal zwei, drei Monaten veröffentlicht werden. Möglicherweise also noch ein weiteres deutsches Fahrzeug-Add-on noch in diesem Sommer. Ein Bild gibt es von der neuen britischen Strecke vom Entwickler Just Trains. Es scheint wieder eine Dieselstrecke zu werden oder eine Strecke, die einen Dieselabschnitt beinhaltet. Leider wird nach wie vor nicht verraten, um welche Strecke es sich dreht. Fest steht aber, es soll wohl wieder eine britische Strecke werden, die in den 1980er Jahren angesiedelt sein wird. Just Trains veröffentlicht ja bereits aus diesem Zeitraum eine Strecke. Das war die Blackpool Branches, die sehr positive Kritiken bekam. Ist auch meiner Meinung nach wohl eine der schönsten britischen Strecken für dieses Spiel. Ja, und das war es heute schon mit der Roadmap. Ihr seht also, ja, wir schauen sie uns nochmal an. Einerseits ist viel hinzugekommen, aber andererseits sehen wir halt sehr viele Geheimnisse auf dieser Strecke. Denn wenn wir uns mal die linke Seite wegdenken, das sind ja alles Projekte, die jetzt bald erscheinen werden, außer TSG. Das kann vielleicht noch ein, zwei Monate dauern. Da habe ich jetzt keinen aktuellen Stand. Aber ansonsten wissen wir eigentlich nur noch, dass die San Bernardino Line in den nächsten Monaten kommen wird. Auf der rechten Seite die Sachen, da gibt es noch keinen Release-Zeitraum. Und den Rest der Strecken oder Fahrzeuge, da wissen wir zwar, dass da was kommt, aber wir wissen nicht, welche Strecken es sind, welche Fahrzeuge sind es. Und sehr interessant wird es natürlich mit diesen fünf neuen Ankündigungen. So, jetzt zählen wir doch hier oben mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zufälligerweise sehen wir bei Add-ons ebenfalls hier oben fünf Ankündigungen, wo wir eben eine Strecke schon kennen. Hängt das vielleicht zusammen? Und entsteht aus diesen fünf Ankündigungen, also amerikanische Strecke, britische Strecke, deutsche Strecke und eine britische und deutsche Lok, vielleicht als Deluxe-Edition, entsteht hier vielleicht ein neues Transom-Wirt-Bindel. Ob es nun TSW 225 oder Transom-Wirt 5 heißt, keine Ahnung, oder ob es sogar ein neues, separates Spiel wird, halte ich eher für unwahrscheinlich. Naja, wir werden es auf jeden Fall am 20. August sehen. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Sachen, die hier oben stehen, mit den fünf Ankündigungen hier im unteren Bereich zusammenhängen könnten. Aber genaues dazu wird es nun erst am 20. August geben, im Livestream von Dovetail Games, das Dovetail Direct Summer Event 2024. In dem Zuge ist wohl auch davon auszugehen, dass es dann wie im vergangenen Jahr sein wird. Nämlich, dass dieses Dovetail Direct Summer Event dann die Roadmap für den Monat August wohl ersetzen wird. Zumindest war das 2023 so. Es ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es auch 2024 so sein wird. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es schon mit dem Roadmap-Update für den Monat Juli 2024. Ich danke euch bis dahin fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet habt. Bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.